Dann seien Sie herzlich begrüßt zu Psyche or Psyche. Sigmund, du wirst müde, du wirst noch müde, Sigmund, schlaf. Meine Damen und Herren, tiefe Trance. Mist. Und dass so zwei Ösen sind, wurde mir gesagt, sind das Doppel-D-Verschlüssel. Ja, kann ich auch eher wollen. Vielen Dank. Dann habe ich mir den richtigen ausgesucht. Komm, wenn man hier rauskommt. Komm. Die Bräule noch absetzen. Wir machen das so. Stellen Sie sich das Wort geschrieben vor. So wie große Leuchtenstaben. Ja, das ist meine Nennenschen. Stellen Sie sich das Wort und Ihre Lebenslinie machen sich da mal keine Sorgen. Die Nummer doch, die Kleine. Die Nummer. Letzte Karte. Vielen Dank. Danke. 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 Und wir uns zu den Figuren in dem Spiel machen, dass man im Leben wird. Vielen Dank, danke schön. Danke, Herr Bein, danke schön. Vielen Dank. Wir machen jetzt zusammen auf. So, andersrum, so, genau. Da steht Psycho, Psycho, 15. Viertel in Hubertal, heute. Und da steht was drauf, hier. Da steht die Sieben. Die Sieben, das war Ihre Zahl, die Sie eben ganz am Anfang hatten. Martina, deine Freundin. Und was haben wir hier? Den Kreuzbuben, das war die Karte, die raussteigen sollte, oder? Und glaube, Herr Jürgen, danke Ihnen. Danke. 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 Wir haben einen kleinen Einblick in meine deutsche Welt bekommen und auch in die Welt des eigenen Gehirns. Und wenn Sie einmal rot sehen, verzweifeln Sie nicht. Sondern denken Sie daran, dass es immer jemanden gibt, der die Welt ein bisschen anders sieht. Unfortunately, wir haben die oder die Welt ein bisschen anders sieht. Danke. 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 Danke.